Oh Mann, es kommt keiner von den Jungs, Mensch. Da ist kein einziger pünktlich. Ich könnte echt kotzen. Wo ist denn das Bankdrückmonster? Ah, Servus. Servus. Na, hast du auch ein bisschen gebraucht? Ja, ich hab ein bisschen gebraucht, aber jetzt bin ich ja hier. Wo sind die anderen Jungs? Ich hab keine Ahnung. Oh Mann ey, die Jungs brauchen wieder ewig. Hey, was geht? Alles klar, Servus. Wollt ihr ein bisschen pumpen oder was? Oh, da hinten sind sie ja. Endlich, bitte auf Zeit, Jungs. Servus. Servus, Servus. Servus, Servus. Ein Naturalathlet macht andere stark. Ein Naturalathlet trainiert sauber. Ein Naturalathlet wird niemals auf. Ein Naturalathlet macht das Beste aus sich. Ein Naturalathlet redet nicht schlecht über andere. Ein Naturalathlet hat Disziplin. Ein Naturalathlet sucht keine Ausreden. Krafttraining ist ein einzigartiger Sport. Mit jedem Training lernst du dich besser kennen und je länger du trainierst, desto stärker kommt deine Persönlichkeit hervor. Bist du eine charakterstarke Persönlichkeit, wirst du zum Vorbild von vielen. Bist du hingegen eine charakterschwache Persönlichkeit, kommt auch das zum Vorschein. Niemand kann sein Inneres verbergen und deswegen benötigen wir Naturalathleten Persönlichkeit. Kraftsport ist kein Mannschaftssport. Trotzdem hat jeder einzelne Athlet eine Verantwortung nach draußen. Es wird Zeit, das Unkraut aus unserem Garten zu entfernen und gemeinsam den Sport zu dem zu machen, was er ist. Leidenschaft, Hingabe, Fokus und Zielstrebigkeit. Werde zum Vorbild für viele. Körlang. Kohle. Untertitelung des ZDF, 2020